Was ist für mich der Schlüssel für meine neue Zukunft, für mein neues Leben? Weil ohne euch, ohne das Team, wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Und jetzt ist mein Leben wieder voller Zuversicht und Freude. Und dafür bin ich dem Team sehr, sehr dankbar. Also das fing so an, dass ich in Deutschland lange Zeit große Probleme hatte mit den Zähnen. Und viele Ärzte besucht hatte. Und viele Fehldiagnosen festgestellt wurden und viele Fehlbehandlungen über den Fehlbiss. Und ja, meine Freundin hatte dann nach Alternativen im Internet gesucht. Ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich in den letzten 20 Jahren getroffen habe. Und bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier sein durfte. Und all meine Sorgen und Probleme sind wie vom Wind weggeblasen. Angst darf man eigentlich absolut gar nicht haben vor nichts. Also wie gesagt, die Professionalität, die hier an den Tag gelegt wird, die ist schon überdurchschnittlich gut, meiner Meinung nach. Von daher wüsste ich nicht, wovor man Angst haben sollte. Einmal ganz klar der finanzielle Aspekt. Und was mir auch noch sehr wichtig war, der Zeitraum, in dem die Behandlung durchgeführt wird. In Deutschland hat man einen Termin, dann kriegt man eine kleine Behandlung, muss wieder drei, vier Tage warten. Und hier wird alles versucht, im möglichst kleinen Zeitraum über die Bühne zu kriegen. Und das ist in meinem Fall sehr wichtig gewesen, weil ich beruflich nicht die Zeit habe, viel immer auszusetzen und freizunehmen. Und von daher hat sich das super gut gepasst hier.